Die nächsten Bonuslevel von Kung Fu Rabbit. Wir sind in Level 11. Beginnen wir mal wieder mit den Bonusleveln. Los geht's. Wir sind ja jetzt hier schon Profis. Und das sieht doch sehr einfach aus. Ja, ich glaube das soll aber nur ein Vorgeschmack werden auf das was kommt. So, ja das ist bis jetzt alles einfach, alles im Rahmen. So. Eieieieiei. Düpi dumm dumm. So. Naja. La 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 la. Geht doch mal weg. Da oben diese dumme Plattform. Auch hier wieder keine Möhren sammeln. Das Ganze ist stumpfes. Hast du mich jetzt erschreckt? Stumpfes Level beenden. Fertig. Nichts suchen. Tja, das soll es beim Mario auch mal geben. Aber sowas ist uns leider verwehrt. So. Kopf einschalten. Etwa so. Genau. Das nenne ich mal Jump'n'Run. Falsch gesprungen ey. Mann. Halt dich doch auch mal an der Wand fest. Dann geht's doch auch. So. Tschüss. Ja la 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 la. Ah. Falscher Setpunkt. Ganz ruhig. Ich hab... Ich hab... Äh... Zeit. 20 Minuten hab ich Zeit. Ja. So. Gar nicht schlecht. Boah, mit einem Schlag beide gekillt. Sehr gut. So, jetzt hoch. So muss gemacht werden. Ja. Hier. Machen wir so. Auch hier muss der richtige Moment abgewartet werden. Ja. Ah ja. Momentchen, Momentchen. Ich riskiere nix. So muss es gehen. Auch das ist wieder Timingssache. Ah, ich habe Angst. Okay. Ja, gut. Ah, okay. Jetzt kann ich aufatmen. Gut. Ja, ja. Auch die Geheimlevel werden zunehmend schwerer. Das ist ja schon mal ein toller Start. Aber momentan geht es, denke ich, nur noch unten. Ich finde es toll, dass dieses Item immer noch aktiviert bleibt. Ich habe keine Ahnung warum. Aber es ist so. So, du stirbst. Ich gehe mal da lang. Typisch Entwickler. Ich kann auch mal da lang gehen. Nur nicht voreilig sein. Das bringt nichts. Ich muss manchmal genau auf den Gegnern drauf landen. Ja, genau. So. Alter. Alter, wie fies ist das? Dieser eine Gegner da. Ach ja, ach ja, ach ja. So, ich habe jetzt auch das Update schon angewendet und installiert. Und ja, es läuft. Recht flüssig. Nein! Mann. Also Updates können sie schon machen, die Nintendo-Leute. Das muss man ihnen lassen. So. Sprinte. Okay, er hat es geschafft. Nicht sterben. Jetzt kannst du. Ja. Nicht übel, liebe Entwickler. Nicht übel. Nicht übel. Junge, okay, jetzt ist Absturzgefahr hoch 10. Wow. Ganz ruhig. Ich schaffe das. Wow. Junge, liebe Entwickler, ich bitte euch. Okay. Nächstes Level. Es wird noch geil. Wartet es ab. Darf ich? Dankeschön. Ah, besser wird es nicht werden. Wow. Alter. Nein. Och. Alter. Geht mal nicht so ab. Geht mal nicht so ab. Okay, ich glaube, das erste Mal kann man es nur falsch machen. Ja. Klasse. Oh, geil. Das Item wirkt noch nicht mal bis zum Ende. Ah, das war ganz falsch. Das ist auch. Darf ich mit offenen Armen ins Verderben? Nein. Jetzt. Ich hasse diese Gegner. Und ich mag sie. Boah, rutsch doch runter. So, auch da ist Schnelligkeit gefragt. So. Oder ich werde hier aufgefordert, dieses Item wieder zu nutzen. Das machen wir jetzt auch einfach. Da. Hier, Maulkorb kaufen. So. Ich finde es gut, dass man das auch jederzeit kaufen kann. Sehr gut. Ach, leck mich doch am Arsch. Was ist denn das für eine Sch... Nein, ich bin jetzt ganz still. Ei, 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 ei. Manchmal ist dieses Zeug auch einfach nur an der Ecke, dass man einfach nur da reinläuft. Das ist auch nicht schlecht gedacht, natürlich. Aber dieser Schleim, hat der eigentlich Augen? Kann das sein? Auf die Ideen kommen, die... Ich probiere es jetzt. Ah, es war zu früh. Äh. Nein. Oh Gott. Das war knapp. Ich sag mal so, ich bin jetzt gar nicht mehr sparsam mit unseren Möhren. Äh. Ich kaufe da jetzt einfach... ein paar... Wollen wir mal noch drei. So. Das ist ja gleich mal einer ein. So. Ich bin echt zu blöd dafür. So. So, das möchte ich jetzt aber gerne schaffen. Ja. Das geht auch. So. Fertig. Nächster Geheimlevel. Mal auf die Uhr gucken, wie viel Zeit haben wir noch. Okay. Ja. Solche Level gefallen mir da doch besser. Das ist diese... Äh. WTF. Okay. Vielleicht gefallen sie mir doch nicht besser als die... Die Spuck-Level. Die Spuck-Level. Wow. Wow. Die Level sind auch relativ lang. Kann das sein? Also die Bonus-Level. Kann sein, dass die ein bisschen länger sind. Ah. Typisch. Ei, 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 ei. Konnte ich da noch nicht mal mehr einen Wandsprung machen. So. Alter. Mann. Okay. Man muss dann die Wand an der Seite. Und dann, äh, geht es... Geht es glatt. Ah, Moment. Lass mich machen. Alter. Ihr seid so unfair. Das macht ja echt keinen Spaß. Mann. Oh Gott. Was ist das? Der zerquetscht mich doch. Ah. Okay. Es hat geklappt. Wow. Alter. Hä? Ah, so rum. Okay. Ja, 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 das geht. So, gebt mir jetzt einfach das Ziel, okay? Das ist ja... Das ist ja total hässlich, was hier... Vorsicht geht. Äh. Oh, seid ihr scheiße. So, ich weiß jetzt nicht, ob das richtig war. Kann ich da drüber springen? Tatsächlich. Junge! Oh, ein bisschen verbuggt ist es schon. Macht aber nix. Äh. Äh. Wow. Wow, wow, wow. Okay. Hat geklappt. Okay, die Bonus-Level, die werden langsam wirklich... Nicht schlecht. Eins machen wir noch. So, dann haben wir fünf geschafft in dem Part. So. Ah ja, fall runter. Was sind wieder diese Dinger? Es gibt in einem Level immer so ein bestimmtes Thema. Du wolltest mich verarschen da oben, oder? Kann das sein? Ne, 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 nicht mit mir. Ja. Renn. Okay, bis jetzt war es nicht so schwer. Aber das sieht aber schon wieder ein bisschen böser aus. Wieso? Wieso? Der ist gerade wieder stehen geblieben, obwohl ich was gedrückt hatte. Ah. Okay. Da war noch zu hoch. Der Gegner. Wir springen einfach mal das ganze Level. So. So. Durchrushen. Ja, aber ein bisschen Skill beweisen. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. So. Wir sind jetzt bei Part 9. Und ich denke mal, der letzte Part wird Part 10 sein. Naja. Wobei, es kommt ein bisschen... Ach, da ist ja auch noch von diesem Scheiß-Pech. Scheiß-Pech. Äh. Mann. Ich hoffe mal, der... Also, ich denke, der dritte Part... Der dritte Part... Der zehnte Part wird dann auch der letzte sein. Von dem Spiel. Dann haben wir wirklich genug gesehen. Von dem Level. So. Wie habe ich das denn jetzt so schön geschafft? Na, so habe ich es auf jeden Fall nicht geschafft. Ich versuche da aber durchzueruschen. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. So. Na ja. Na nee, so geht es nicht. So geht es nicht. Kann sein, dass mich der Schleim aufessen will. Ja. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Gut. Es wird auch ein bisschen mal wieder Zeit, dass wir ein paar neue Projekte anfangen, oder? Wenn wir das endlich, dieses... Dieses Spiel endlich fertig haben. Hä. Mann. Na ja, ist halt... Ist halt Kung-Fu-Rabbit, ne? Kann man nichts dagegen sagen. Ist halt ein Spiel für sich. Es hat gereicht. Alles klar. Gut. Dann war es das mit den Bonus-Leveln. Ich würde gerne zurückgehen. Und, ähm... Dann gucke ich nochmal. Okay, uns fehlen noch zwei Bonus-Level. Die müssen wir dann sowieso noch freischalten. So, da haben wir alles. Da haben wir alles. Jetzt gehen wir zu Welt 3. Und ich habe aus Versehen gerade auf irgendein Level gedrückt. Das machen wir nicht nochmal. Ich werde das Spiel wahrscheinlich nicht mehr anrühren, nachdem ich es fertig gemacht habe. So, Level 17. Wir haben noch ein bisschen Zeit. So. Da waren wir stehen geblieben und sterben gleich mal zu Anfang. Wie immer. Ja. Okay, hier heißt es auch wieder Schnelligkeit. Mit dem Timing. Und nicht vergessen. Wir können... Immer unser... Immer unser... Item einsetzen. Aber hier sind wir immer so einzeln, ne? Das ist vielleicht gar nicht so schlau. Das habe ich ganz gut hingekriegt eigentlich. Ja, und jetzt wollte er wieder nicht in die Lücke gehen. Manchmal zackt die Steuerung wirklich. Ja, was? Seht ihr das? Meine ich. Sowas ist doch einfach ärgerlich. Wie habe ich denn das gemacht? Ach du Scheiße. Wie ist das einfach? Ah, Mann! Der macht seinen Wandsprung auch so hässlich langsam. Alter! Ich glaube, man muss die ganze Zeit da Wandsprung machen. Also die ganze Zeit da an der Wand kleben bleiben. Das war schon sehr waghalsig. Alter! Ich habe es aber ganz gut geschafft. Ich habe dann... Ich habe gar nicht darauf geachtet, wohin ich den Wandsprung mache. Der war eigentlich immer da an diesem Vorsprung. Habe ich gar nicht so richtig darauf geachtet. Ich probiere es jetzt... ...nochmal. Ne. Man muss da dann an die andere Wand kommen. Einsprung ist immer ein bisschen waghalsiger. So, da kommt von oben jetzt noch was. Ne. Nicht. Okay. Ach, da war ja die Riesenmöhre! Okay, gut. Das muss man nochmal machen. Das ist bestimmt irgendwas ganz Lames übersehen. Ich will euch doch alles zeigen hier. Hundert Prozent. Wo könnte hier was sein? Das ist sowas, da achtet man da nicht drauf, ne? Also wenn man die Möhren eingesammelt hat, ist es eigentlich gar nicht so schwer. Ja, muss halt da immer auch auf so viel achten. Ja, ich will gar nicht zählen, wie viele Tode wir in diesem Let's Play hatten. Mann. Alter. Verdammt. Oh. So. So. Stimmt, es ist irgendwas Lames. Da außen! Ach, nee. Nee. Alter, ich sehlt solche Säcke. Alter. Ich hasse euch. Das ist nicht zu glauben. Okay, dann beende ich das jetzt noch schnell. Ja. Genau das habe ich nämlich dann ja auch gedacht. Alter, machen sie es auch noch nebendran, ne? Und dann kommt man nur von der anderen Seite rein. Alter. Wie scheiße ist das von euch eigentlich? Meine Güte. Entwickler sind immer scheiße. Die wollen den Spieler komplett Wow. So, aber gut. Jetzt haben wir es geschafft. Alles klar. Gut. Schön, schön, schön. Dann haben wir ein Level, ein normales Level gemacht und ein paar Bonus Level. Gut, dann geht es an dieser Stelle weiter im nächsten Part. Nicht verpassen. Bis dann und tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.